Willkommen zu einem Video und heute reagieren wir das erste Mal auf Edis der Breite. Er ist ein YouTuber, der jetzt einen Disstrack rausgebracht hat an ganz YouTube Deutschland. Ich bin gespannt, äh Twitch Deutschland, sorry, mit Casey Rebel. Komplett random. Ja, also ich muss sagen, Edis ist jetzt niemand, den ich verfolge. Gar nicht. Ich habe ihn auf der Gamescom gesehen. Tatsächlich, da ist er an mir vorbeigelaufen. Voll zufällig, ja. Gut, wir hören uns das Ganze mal an. Ich bin gespannt, was kommt. Das Ganze geht sechs Minuten. Let's go. Seit einer Woche, disst die doch alle. Ja, das hört sich gut an. Gute Idee, oder? Und wenn wir schon dabei sind, dissen wir alle von A bis Z. Bruder, das ist doch mein Reden, die ganze Zeit schon. Ich bin gespannt, ob, wer alles dran kommt. Oder? Ja. Wenn wir Zarek tragen. Komm, wir wissen jetzt kurz welche. Kannst du nicht irgendwie machen? Wenn wir Endotricks tragen? Boah, das ist krank, Bruder, dass wir zufällig im Studio sind so ein Klai hier. Klai hier, wenn wir alles schon fast vorbereitet haben. Dann fangen wir an, Bro. Ich geh rein in die Boof. Aber wir brauchen erst einen Text. Haben wir einen Beat überhaupt? Ja, ja, warte, zeig. Oha, der Beat hat sich auf das an. Jungs, ich glaube, es war Schicksal, dass wir uns heute hier alle versammelt haben. Ich glaube auch, Bruder. Es soll so sein. Dann machen wir es eben nochmal. F***en wir wieder Rap. Also ich glaube, Edis macht schon coolen Content so. Ich hatte mal was von ihm gesehen. Da war er mit noch irgendjemand Bekannten in Frankfurt im Bahnhofsviertel unterwegs. War schon ein cooles Video. Hat auch einen sympathischen Eindruck gemacht. Ich bin mal gespannt, wie er hier rappen kann. Ich würde sagen, sag mir gleich, wenn du alles dissen willst. Und dann sag mir so einen Satz, der dir auf dem Herz brennt. Pro Person sagst du, bei dem muss man das sagen. Ich habe schon einige. Ich habe schon einige. Ja, oder? Ja. Das gibst du mir gleich als Input. Aha. Und Rebellovic ist dann für Quality Control zuständig. Sehr stark. Ja, ich glaube, wir haben... Ey, ne, ich war bei dem Boxkampf von Trimax gewesen vor zwei Jahren bei der Great Fight Night. Da habe ich Casey Rebel auch gesehen. Also auch richtig random. Der ist da einfach hergelaufen. Krass. Jetzt auch hier brutale High-Quali-Arbeit, Bruder. Das ist ja wie, wir gehen gerade in Box-Training und einfach Mike Tyson will uns trainieren. Weltstark, oder? Ah, komm. Ah. Wir fangen direkt an. Ah. Ah, da fällt mir gleich der Ding ein. Amar. Wo gibt es denn mit A? Ach, Amar, stimmt. Ja, ja. A, B, C. Also wir werden versuchen, von A bis Z alle zu... Es gibt wahrscheinlich ein paar Buchstaben, wo wir ein bisschen weglassen werden. Sonst wird das so ein 50-Minuten-Track. Die interessantesten... Die interessantesten nehmen wir. Mama. Ah. Amar. Abu Gokou. Ah, okay. Breitenberg. Bruder, ich mag dich, Breitenberg. Aber heute ist künstlerische Freiheit. Okay, wir schreiben jetzt Text... Das habe ich schon gesehen, ne? Ich habe nur einen Clip gesehen, dass dieser John Broke da voll eskaliert ist, ne? Irgendwie, weil er hier gewiss wurde von ihm. Das ist doch hier aus Spaß. Als ob der jetzt da aus Ernst alle fertig macht und beleidigt. Das ist doch hier alles nur Spaß, ja? Aber ich muss sagen, John Broke, ne? Ist niemand, den ich jetzt schaue. Diese ganze Bubble da, das ist nicht meins, ja? Aber sein Eistee, boah. Dieser Suchtee heißt der, glaube ich, ne? Oder? Ist der erste von dem, oder? Nicht, dass er das falsch sagt. Auf jeden Fall, der schmeckt geisteskrankt gut in Zitrone. Boah. Richtig gut. Und dann werden wir aufnehmen und dann zeigen wir euch die Aufnahme, wie das aufgenommen wird. Und ich an der Stelle, ne? Ich distanziere mich hardcore. So wie in der Streaming-Sprache Edith das sagen würde. Ich distanziere mich hardcore. Ich bin nur wie Dingsbruder. Wie so ein Malala-Kira. Hier, für 500 Euro kannst du mein Zimmer streichen. Hier hast du einige Alben aufgenommen, ne? Hier habe ich Maximum drei. Hasso, das Rebel Army Album habe ich hier aufgenommen. Also ich glaube, für sehr viele Menschen, die das Video gerade anschauen, ist es eine Ehre eigentlich. Ich spreche durch dasselbe Mic, womit Alben aufgenommen worden sind. Oh, ja. Hallo. Oha. Oha. Bruder, ich schwöre, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine Stimme hört sich voll krass an. Ich sag mal, dass ich mir eher... Das sieht jetzt. Bruder, du hast alles kaputt gemacht. Alter, zeig doch mal den Song. Die Saison seht ihr jetzt den Clip und die Fertigstellung. Jetzt geht's los. Komm. Darauf habe ich gewartet. Ah, euer Amja Olu. Knallt heute Amar und den Abu Goku. Diese beiden stehen nur für die Kannaquote. Breitenbeck erzählt, er hätte Chicas geklärt. Aber dieser Peach hat allerhöchstens E-Mail-Verkehr. Ja, Kölb. Zäh wie der Choleriker. Jum broke. Die Ober-Diva-Kurde rief mich gestern. Äh? Er hätte gern sein Logo wieder. Danergy, Daniel Slump und Delory TV. Hätten eigentlich eine Ausbildung gebraucht. Servus. Schöne Grüße, Edis. Der Schmale dreht krumm. Das ist ja wirklich so ein... Also die Kick hört sich an wie von Suicide Boys. Tatsächlich. Und ich finde, er hört sich an wie Farid Bang. So ein bisschen, ne? Cool. ...dinger als Elias Nase. Kommen wir zu F. Diese Phoebe ist Wahnsinn. Aber warum hast du ein Beefy im Namen drin? Kale so wie Gronk ist ein H so wie Honk. Und den Scope ist fake wie Mickey's Sub Marathon. Jordan und Sammy machen aus nem Kinderzimmer Squid Game. Ihr würdet für 100 Subs beide auf den Strich gehen. Kuchen macht bei Blaulicht Brillen. Markt Analyse. Aber ist sich nicht zu schade, Frauen zum Zahnarzt zu prügeln? Let's who go, dieser Drecksputo. Komm, wir machen eine Runde Jet Kondo. M so wie Monte. Oder scheiß drauf, der heult zu viel. Markt G. Bauer, die Parfüme, Uhren. Ey, was meint ihr eigentlich? Wie viele einfach da sitzen im Stream von den ganzen Streamern, die genannt wurden? Und dann so, ja, ha, ha, ha. Wie witzig. Aber die sich richtig gekränkt fühlen. Das ist cool. Und teure Deals, Merd, Abi, Mula. Er ist Rapper, YouTuber, dann Twitcher. Was kommt noch zu Dschuklu, Jumurta? N, so wie Niklas. Wallah, du bist mein Amigo. Dich werde ich nicht dissen, Bro. Dir schenke ich ein Bayern-Trikot. Und wenn ich Papa platte, ernsthaft mit nem Schreitroh, sagt er, what the fuck I mean? This is actually nice, Bro. Dein alter Arsch sieht aus, so wie Borat. Du ziehst dich an wie Travis. Doch siehst aus wie ein Morat. Nee, nee, nein, das ist falsch. Der zieht sich nicht an wie Travis. Der zieht sich an wie Playboy Cardi. Absolut. Dass Sydney denkt, er hätte Fußballer-Gene Und Skor aus Neujahrs-Herber Ist wie Flughafen-Tegel Pee so wie Teezy Schuhbech, ihr habt Klicks gekauft Tanzverbot, ich geb heute Kredite ohne Zinsen raus Alleine in Madeira für ein bisschen mehr vom Fluss Uh, Unger hat seit Wochen nicht geduscht Fett so wie Zabex, wenn er schwitzt, ist es bratwett Heute red nicht klar Text Du hattest hype, das war's jetzt Ich disse wie ich will Und weil ich Kim bin hier draußen Natürlich bring ich diesen Text mit Zwinkern im Auge Ello Tricks wurde nicht erwähnt Und Reece auch nicht Dankeschön auch an den Producer Das war wirklich sehr schön, ne? Also, gibt's nix zu sagen Wir haben wirklich schön gearbeitet Vielen Dank, mein Bruder, herzlich Feier ich sowas Vielen Dank, hat echt Spaß gemacht Und ja, vergiss nicht, das ist alles nur Spaß Das nimmt das mit Humor Klar Ich hab keinen davon ernst geduscht Außer vielleicht ein, zwei Leute Aber ansonsten war alles Spaß Ich küsse euer Herz Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Ciao, ciao Das fand ich jetzt echt cool, ne? Sehr unterhaltsam, ja? Okay, wie hat's dir gefallen? Ich hab's gerne mal in die Kommentare Lass den Daumen nach oben da Abonniere nicht vergessen Checkt die Videobeschreibung Wir sehen uns beim nächsten Mal Und hau rein Also, wir sehen uns beim nächsten Mal Und wir sehen uns beim nächsten Mal